Hallo meine lieben Aktienfreunde, ihr wisst, ich habe ein kleines Faible für China. Seit neuestem habe ich mir auch einige China-Aktien ins Depot gelegt. Zusätzlich Alibaba, Tencent hatte ich natürlich schon lange, aber jetzt auch einige andere, wie beispielsweise China Mobile im Zuge des Handelskonflikts, weil ich fand, wenn andere gezwungen werden zu verkaufen, dann kann ich ja einsammeln. Jedenfalls, wenn die Qualität der Aktie stimmt, fundamental betrachtet. Ja, jetzt ein bisschen was anderes und zwar brauche ich eure Hilfe. Es wird also ein kleines Community-Projekt werden. Es geht ums Handelsverbot, das eigentlich ja nur US-Staatsbürger betrifft und US-Unternehmen, aber im vorauseilenden Gehorsam oder wie auch immer haben einige Broker ebenfalls die Aktien sozusagen aus dem Verkehr gezogen, haben eine Handelsbeschränkung aufgelegt. Das heißt, ihr könnt diese Aktien nicht mehr kaufen. Verkaufen müsstet ihr sie schon können und zwar bei jedem Broker und einige Börsenplätze bzw. auch Broker, also jetzt der OTC-Handel quasi, die haben das Gleiche gemacht. Die haben ebenfalls Handelsbeschränkungen für chinesische Aktien aufgenommen. Das Ganze kam von euch in der Aktienfinder-Community auf Facebook und über YouTube-Kommentare wurde mir das zugetragen. Und hier zum Beispiel in der Aktienfinder-Community auf Facebook und da habt ihr dann auch einige Kommentare gegeben, habe ich nach euren Erfahrungen gefragt, bei welchem Broker bzw. welcher Börse ein Handel noch möglich oder eingeschränkt ist. In diesem Video ist ein kleiner Aufruf, dass wir mal jetzt irgendeine Stelle haben, an der wir sehen, was momentan Sache ist. Das heißt, welche Aktien sind betroffen? Ich habe da eine Liste für euch erstellt, weil ich habe keine einzelne Liste oder vollständige Liste gefunden. Welche Online-Proker gibt es eine Handelsbeschränkung? Ich nenne es mal so, weil verkaufen solltet ihr immer noch können, falls nicht, sagt es mir. Und über welche Börse gibt es Handelsbeschränkungen oder vielleicht komplettes Handelsverbot, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Hier haben wir den Artikel in der Aktienfinder-Community, der ist wie immer frei zugänglich. Was ich gemacht habe jetzt ist, ich habe zwei kleine Tabellen schon mal erstellt und die werden mit eurer Hilfe wachsen. Und zwar haben wir hier die Broker und hier haben wir die deutschen Börsen, also es geht um deutsche Börsen. Und da gucken wir dann, wo es ein, ich habe es jetzt Kaufverbot genannt, weil wie gesagt, verkaufen sollte immer möglich sein, bei welchem Broker ein Kaufverbot existiert und bei über welche Börse quasi ein Kaufverbot oder ein Handelsverbot, hier bin ich mir nicht ganz so sicher, existiert. Ihr seht, hier ist noch leer und hier ist auch noch leer. Ich bin also ein bisschen dann auch auf eure Hilfe angewiesen. Ich hatte übrigens auch telefoniert, sowohl mit Brokern als auch mit Börsen und das etwas Ernüchternde war, keiner konnte mir sagen, was eigentlich Sache ist. Also das heißt eigentlich, ist wahrscheinlich das Zielführendste, einfach ausprobieren, aber ich habe natürlich nicht Konten bei jedem Broker und ich werde jetzt nicht über die Kombination auch sowieso nicht machen können, jeden Broker, jede Börse quasi abzuklopfen, aber mit eurer Hilfe könnten wir das schaffen. Hier also die beiden Tabellen, die ich gerne mit eurer Hilfe erweitern möchte und aktualisieren möchte. Dann habe ich hier noch eine Erklärung, was es mit dem Handelsverbot auf sich hat, denn dieser 11. November 2021 geistert immer so rum. Das ist aber nicht ganz so einfach, denn ab wann du tatsächlich, beziehungsweise ein US-Staatsbürger ja eigentlich, eine Aktie nicht mehr kaufen und irgendwann später auch nicht mehr verkaufen darf, dafür gibt es kein fester Statum. Das hängt nämlich davon ab, ab wann die jeweilige chinesische Aktie sozusagen gebannt wurde, wann sie auf eine Liste kam, auf welche Liste. Da gibt es eben diverse Listen, die man einsammeln muss vom US-Verteidigungsministerium beziehungsweise von der Executive Order, der Verwaltungsverordnung oder wie man es jetzt genau auf Deutsch nochmal nennt, des Ex-Präsidenten Trump seit heute. Und da muss man sich diese Listen quasi zusammenfriemeln, habe ich gemacht. Hier ist sie. Da haben wir jetzt insgesamt knapp 50 Unternehmen. Das sind nicht alles Unternehmen, die börsennotiert sind. Es sind auch sozusagen, ja, privatwirtschaftliche oder können auch dem Staat gehören, auf jeden Fall nicht börsennotierte Unternehmen da. Ich denke, dieser Bann macht dann trotzdem Sinn, weil man soll ja quasi diesen Unternehmen aus US-amerikanischer Sicht kein Geld zur Verfügung stellen. Denn das könnte man ja auch tun, indem man beispielsweise Unternehmensanleihen kauft oder anderweitig den Unternehmen Kredit zur Verfügung stellt, also nicht als Eigenkapital in Form von Aktien sozusagen. Wenn das Unternehmen börsennotiert ist, dann habe ich mir die Listen hier rausgesucht, auch die Börse, wo das Papier gehandelt wird. Wir haben auch über die Hälfte dieser Aktien im Aktienfinder. Ich habe da auch nochmal ein paar interessante Aktien aufgenommen, sodass wir da auch fundamental oder du fundamental nochmal ein bisschen nachprüfen kannst, ob die Aktie überhaupt für dich in Frage kommt, um dann eventuell den Verkaufsdruck zu nutzen von den Großen wie Blackrock und Co., die dann eben die Aktien losschlagen müssen. So, und hier, jetzt ganz interessant, ist Feststellungsdatum drin. Das habe ich so genannt, wann das jeweilige Unternehmen sozusagen auf die Bannliste gekommen ist. und davon leitet sich dann ab, ab wann es ein Kaufverbot gibt und ab wann es ein Verkaufsverbot gibt. Und das ist dann jeweils das konkrete Datum. Ich habe das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Falls es nicht stimmt oder falls Zweifel sind, dann schreibt es entweder hier auf YouTube als Kommentar oder hier unter dem Blog als Kommentar. Auch bei der Aktienfinder-Community, was ich ursprünglich gezeigt habe, da könnt ihr dann auch entsprechend einen Kommentar schreiben. Ich werde es dann anschauen und nach und nach mit eurer Hilfe hoffentlich perfektionieren das Ganze. Und das soll dann eben eine Anlaufstelle sein. Ich habe vor, das dann entsprechend zu pflegen, wenn es auch bei euch gut ankommt. Und wenn wir gemeinsam glauben, dass es sinnvoll ist, dann mache ich mir die Arbeit gerne. Und dann werde ich auch diese Liste up to date halten. 45 Unternehmen sind es. Ja, und das sind glaube ich die wesentlichen Sachen. Sprich, welche Unternehmen, chinesischen Unternehmen, sind vom Handelsverbot betroffen. Und dann natürlich noch, und wann sind sie jeweils betroffen? Mit Kauf- und Verkaufsverbot. Und dann, über welchen Broker und über welche Börse kann ich kaufen? Und wenn wir die Infos quasi zusammen haben, dann muss es uns immer noch nicht gefallen, was da passiert. Aber dann haben wir wenigstens für uns eine gewisse Transparenz geschaffen, um mit dem Problem ein bisschen, mit der Problematik ein bisschen besser und effizienter umzugehen. Ja, dann würde ich mal wünschen, dass ihr euch daran beteiligt. Ich freue mich auf die Kommentare. Und bis zum nächsten Video, das dann bestimmt wieder eine Aktienanalyse oder so sein wird. Ciao!